Die Behandlung der Zornesfalte gerade bei jungen Frauen ist besonders wichtig, damit man diese Falten, die hier in der feinen Art entstehen, reduzieren kann, aber auch die Mimik so weit noch beibehält, dass man hier keine Probleme hat. Die Patientin zeigt hier jetzt ganz klar, dass bei dieser Nachuntersuchung sie etwas Mimik hat, aber die Behandlung optimal gelungen ist. Hier wird nochmal eine kleine Nachinjektion durchgeführt, weil die Patientin noch weniger Mimik haben möchte, aber in der Regel sollte, denke ich, eine leichte Mimik noch vorhanden sein und die Falten werden dadurch schneller reduziert.